Hunde sind die beliebtesten Haustiere der Welt und das ist nicht schwer zu verstehen. Aber als jemand einen Hund in einer schlimmen Situation zurückließ, bedurfte es der Liebe und Freundlichkeit von Freiwilligen vor Ort, um ihm zu helfen. Willkommen zurück bei Incredible Stories zu einem weiteren erstaunlichen Thema. Wenn Du Wohlfühlerzählungen liebst, dann bist Du hier genau richtig, denn ich habe eine tolle Geschichte für Dich. Seit 10 Jahren angeketterter Hund endlich frei. Viele von uns würden niemals ein Tier verletzen. Selbst wenn wir unserem Vierbeiner auf den Schwanz treten, fühlen wir uns unglaublich schlecht. Aber leider denken nicht alle so und manchmal sind Menschen unglaublich grausam zu ihren Haustieren. Zum Glück gibt es in solch schlimmen Situationen meist jemanden, der ihnen hilft. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert, wie bei diesem Hund, der nach 10 Jahren Wartezeit endlich gerettet wurde. Es war 2012 im kanadischen British Columbia. Die Hündin Judith war ein liebenswertes Tier mit einem schlimmen Schicksal. Zehn Jahre lang war sie an eine kurze Kette im Garten ihres Besitzers gekettet, der kaum mehr als ein Fleckchen Schlamm war. In dieser Zeit hatte Judith nur eine heruntergekommene Hundehütte ohne Schutzverkälte und Dreck. Ohne Decke, Spielzeug oder Knochen und oft ohne Futter oder Wasser war es ein Wunder, dass diese Hündin noch Überlebenswillen hatte. Aber zum Glück hielt sie durch und das war wirklich erstaunlich. Viele Jahre hatten besorgte Nachbarn immer wieder versucht, die British Columbia Tierschutzorganisation, auch bekannt als BCSPCA, über die Zustände zu informieren, in denen Judith gehalten wurde. Sie berichteten sogar, dass der Besitzer auf sie urinieren würde. Aber die Organisation wollte sich anscheinend nicht einmischen. Und hätten die Nachbarn den Hund selbst gerettet, hätten sie wegen Diebstahls angeklagt werden können. Das machte die Situation nur noch schlimmer. Damals beschlagnahmte das BCSPCA die Hündin nicht, trotz der grausamen Berichte der Nachbarn. Der Besitzer wurde auch nicht wegen Tierquälerei angeklagt, obwohl sie sich dabei auf das Gesetz zur Verhinderung von Tierquälerei hätten berufen können. In diesem Fall wäre eine Geldstrafe von bis zu 66.000 Euro oder eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren fällig gewesen. Eine weitere Verordnung für die humane Behandlung von Hunden hätte den Besitzer ebenfalls dazu zwingen können, Judith besser zu versorgen oder sich strafbar zu machen. Leider wurde auch diese Möglichkeit von der BCSPCA ignoriert. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass die Organisation damals anbot, unerwünschte Haustiere für nur 44 Euro zu töten. Eine Untersuchung der Tierrechtsvereinigung von British Columbia ergab, dass die SPCA bei Anfragen zur Einschläferung eines Tieres keine Frage zu den Gründen stellte, geschweige denn Anbot zu helfen. Diese Organisation hatte außerdem Verträge über die Entsorgung von Haustieren mit mehreren Gemeinden in ganz British Columbia abgeschlossen. So konnten sie noch mehr Geld verdienen. Deshalb hatte man wahrscheinlich auch Judith nicht geholfen, da der Besitzer vermutlich diese Dienste nutzen wollte. Glücklicherweise hörte die Tierrechtsvereinigung von dem leidenden Tier und wollte es retten. Eine Nachbarin hatte sich dort gemeldet, weil sie die Untätigkeit des Tierschutzvereins satt hatte. Als die Freiwilligen der AAS Judith das erste Mal fanden, lag sie in einer eiskalten Nacht im gefrorenen Schlamm in ihrem eigenen Kot und war mit Schnee und Matsch beschmiert. Verärgert darüber wussten sie, dass sie die Hündin nicht länger allein lassen konnten, deshalb dokumentierten sie aus rechtlichen Gründen das Elend. Einen Tag bevor sie eingeschläfert werden sollte, retteten Freiwillige sie aus ihrer entsetzlichen Lage. Es war der Start in ein neues Leben für Judith, auf den sie fast ihr ganzes Leben gewartet hatte und sie war glücklich. Um den Beginn ihres neuen Lebens zu markieren, benannte die AAS sie kurzerhand von ihrem ursprünglichen Namen Judas in Judith um. Ein viel liebevollerer Name, auf den die Hündin gern reagierte. Nachdem sie im Tierheim ankam, wurde sie untersucht, um herauszufinden, ob sie behandelt werden musste. Es wurde schnell klar, dass die Hündin viele Probleme hatte, die auf ihre Misshandlungen zurückzuführen waren. Sie war dehydriert, abgemagert und konnte aufgrund von Arthritis in den Hüften kaum noch laufen. Darüber hinaus war ihr schwabbeliges Fell mit Schlamm und Kotklumpern übersät und verfilzt, was es dem Tier schwer machte, sich zu bewegen. Freiwillige Helfer rasierten schließlich ihr Hinterteil, da das Fell zu verfilzt war, um es richtig zu reinigen. Aber das schien Judith nicht zu stören, sie genoss die lange vermisste Zuwendung. Nachdem das Fell entfernt worden war, verbesserte sich das Verhalten der Hündin sichtlich. Sie wedelte sogar wieder mit dem Schwanz. Wie oft sie kein Futter bekommen hatte, sah man den Knochen an, die unter der Haut deutlich sichtbar waren. Nachdem sie enthaart war, bekam sie ihr erstes Bad. Vielleicht sogar das erste überhaupt, um den restlichen Schmutz zu entfernen. Sie war zwar kein großer Fan von Wasser und Seife, aber sie liebte es, wenn man sich um sie kümmerte. Nachdem sie etwas an Gewicht zugelegt hatte, wurde sie zur Adoption freigegeben und es dauerte nicht lange, bis sie ihr neues Zuhause fand. Das Ehepaar Mike und Alyssa waren auf der Suche nach einem neuen Hund und hatten das Tierheim besucht, um einem geretteten Vierbeiner etwas Liebe zu schenken. Hier lernten sie Judith kennen und es war Liebe auf den ersten Blick. Zum ersten Mal in ihren zehn Lebensjahren konnte sie Liebe und Fürsorge spüren. Aufgrund ihrer Hüftgelenksdysplasie und Arthritis konnte sich die Hündin nur auf ihren Vorderbeinen bewegen und zog ihre Hinterbeine hinter sich her. Da besorgten ihr Mike und Alyssa einen Wagen, den sie an ihre Hinterbeine schnallen konnten, damit sie sich freier bewegen kann. Und die Hündin hätte nicht dankbarer sein können. Um ihrem neuen Fellfreund viele schöne Erinnerungen zu schenken und um die verlorene Zeit wieder aufzuholen, nahm das Paar sie überall mit hin. Dazu gehörten auch Campingausflüge und die Fahrt zu einer Hütte am See. Auch der Wagen bremste sie nicht und sie konnte endlich Spaß haben, Eichhörnchen jagen und die freie Natur erleben. All die neuen und aufregenden Orte waren ein großer Unterschied zu dem winzigen Fleckchen Schlamm, auf dem sie die meiste Zeit ihres Lebens verbringen musste. Einer ihrer Lieblingsorte war der Strand von Ambleside, wo sie ihre Tage im Sand und im Wasser verbringen konnte. Im weichen Sand brauchte Judith den Wagen nicht und konnte mit anderen Hunden herumtollen. Das war das erste Mal für die Hündin, die davor immer einsam war. Judith verbrachte 18 glückliche Monate mit Mike und Alyssa, die sie mit so viel Liebe wie möglich überschütteten, um für ein Leben voller Elend zu entschädigen. Schließlich schlief sie ein. Zufrieden damit, den letzten Teil ihres Lebens in den Armen von geliebten Menschen verbracht zu haben. Es mag zwar traurig erscheinen, dass sie nur 18 Monate in Freiheit verbringen konnte, aber das war Judith letztendlich egal, denn es waren die besten 18 Monate, die sie sich je hätte wünschen können. Leider ist Judith nicht der einzige Hund, dem so etwas widerfährt. Überall auf der Welt gibt es vernachlässigte Tiere, die eine helfende Hand brauchen, damit sie ein Zuhause bei liebenden Menschen finden. Um zu helfen, kannst du immer an Wohltätigkeitsorganisationen wie die Tierrechtsvereinigung spenden. Wenn du ein neues Haustier suchst, kannst du eines aus einem Tierheim adoptieren und ihm eine neue Chance auf Liebe geben. Vergiss nicht, den Beitrag zu liken und den Kanal zu abonnieren, um noch mehr tolle Inhalte zu sehen. Schreib in die Kommentare, ob dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!